Ich bin's leid. Wenn Kinder und Enkel fragen, du hast es gewusst und dennoch nichts dagegen getan, dann kann ich sagen, ich habe alles, was ich an Wissen zusammentragen konnte, aufgeschrieben und mitgeteilt. Ich bin von jeher für Schwächere eingetreten und habe versucht, das Unrecht, das sie traf, auszugleichen. Durch Empathie, durch Hilfe und Aufzeigen von Auswegen. Stets habe ich alles kritisch hinterfragt und wurde nie müde, Alternativen zu suchen. Nun aber ist der Punkt erreicht, wo ich erkenne, ich erreiche nicht die, die es nötig haben. Sie sind Beratungsresistenz und von einer Art, mit der ich mich nicht auseinandersetzen möchte. Von Eltern und Großeltern hörte ich Geschichten, von denen alle hofften, sie würden sich nicht wiederholen. Nun aber tun sie es. Sie haben ein anderes Gesicht, sie treten anders auf, aber wieder sind sie unter uns. Die, die meinen, sie seien die Herrscherklasse und könnten sich ein Urteil anmaßen. Wer Mensch ist und wer nicht. Die, die vorgeben, ihre Heimat schützen zu müssen und dabei zu weit gehen. Ich bin es leid, ein Teil dieses Geschehens zu sein, zu sehen und zu verstehen, was geschieht und gleichzeitig aber erkennen zu müssen, dass dieser Mob nicht zu eliminieren ist. Ich werde meinen Kindern und Enkeln antworten, ich habe es gewusst und getan, was ich konnte. Gefunden habe ich diesen Text bei Netzfrauen.org